Leute, heute wir spielen wieder Vista Fahrtfuß Playhouse, aber dieses Mal Kapitel 2. Ja, und dann gehen wir nicht hin, aber nicht da, und dann mal hier ist der kleine Cupcake. Los geht's. Es wird noch ein Knopf von revenger glabs glabla. Schluck, da, wach? Schnaues die Tür. Die Laufrecken, wir können uns nicht hier sehen. Gut, oh! Das geht's. Ist das jetzt Lamm oder Blut? Denn dieses Ding weg 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 Das habe ich nicht mehr gekauft Jetzt habe ich sie auf dem Video gekauft um das nachzuprobieren Erstmal haben wir das hier Was ist das? Wir warten uns auf den Lach mal ist das 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 Kurs Wiemann Das ist ja meine Die Skaterne man schreibt Pien Oh mein Gott Ah, Glitch, was machst du hier? Es ist brein, es ist der Glitch hier in der Mitte. Ich bin nicht mehr. Was tust du hier? Glitch, was tust du hier? Was tust du hier? Ich bin nicht mehr. Es ist okay, aber ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, es ist ein Stechenkopf. Es gibt noch einen Land. Es ist ein Stechenkopf. Es ist ein Stechenkopf. Oh, das ist ein Stechenkopf. Oh! Wenn ihr sagt, die ganze Zeit die sich da mit dem Spiel wir sagen. Pum, pum, pum. Ich dachte, der ist sehr dumm. Ah, Rommel. Schuss, schuss, schuss. Guck auf euch. Ah, wir haben tatsächlich voll getroffen. Blöden Hauptseiten. Komm. Was ist hier? Ja, das ist ja schon. Aber ich muss ja auch versuchen, wie die sich da zu haben. Ist das denn? Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Ich habe das Pfeil. Oh, das ist so soft. Oh, ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Fodaf? Fodaf meinte er. Was geht dort ab? Ist das dort im Wasser oder wo soll ich... Ich soll dort lang gehen? Tut doch in der Tür nicht. Wahrscheinlich meinte er hier. Das seht ihr im nächsten Video. Ich habe euch alles gesehen. Tschüss.